so eine runde zombie mode ja ne ganz ja eine woche pause von microsoft tut sich immer ganz gut und wie gesagt eine runde zombie mode ganz also das heißt das ist ganz einfach einer oder wenn 60 leuten da sind wenn 133 herr der zombie bei mehrere spieler nur zwei und bei ganz einer versuchen die anderen zu infizieren gibt es glaube ich drei punkte zum invidieren und überleben ziel ist ja immer dran zu überleben wenn man nicht gerade die zombie ist und ich gerade vergessen habe meine art meine links zu wechseln ganz schnell so dass reparieren solltest du so und wieder zurück ja bisschen doof geworden ist sie gerade aber na gut es ist egal weil man noch fünf sekunden die runde rein zu gehen bevor die neu startet deswegen bin ich auch gleich sofort das haben wir geworfen ich liebe es ein motor das spiel nicht kann hier zack und drei Und immer gegen die EMG immer anstrengend. Oh, ja, Locker. Zack. Und er glitscht. Ah. Hm. Ah, ich hab keine MP mehr, so sehr gut. Die MP brauche ich für Dings. Für, äh, für die Kappsmaschine. Ich möchte hier ganz gerne die Nacho haben. Zack. Ist noch einer. Ein paar Walter muss gekickt werden. Aber keine, ich hab... Ja, ich hab schon 900 MP noch, aber... Yes. Yes. Ach, ich muss auch Z machen, stimmt. Ja, raus, danke. Zu Glück, glaube ich, ein Zombie-Man. Ja, die Level 46 war, was er ist und klitschen. Hm. Das ist Michael Wall. Das ist die Obergrosse immer. Hm-hm. Und mich als No-Swap da hier. Uuuuh. Seven liters. B-B-B-B-B-B. Ja, ja. Hm-hm. Schon klar. Und wenn ihr hier Level 46 glitscht. Oh, ja. Er darf das ruhig machen. Hm-hm. Schon klar. Ja, verarschen kann ich mich alleine. Außerdem gab es schon jemand, der deswegen auch schon gebannt worden ist, ne? Links. Ja, komm her, Zombie. Komm her. Mach hier so ratalada ratalada. Ja, wie man sieht, habe ich ein neues Accessoires bekommen. Ich habe mein Geo in sechs Versuchen das bekommen. Irgendwie habe ich mehr Glück, in Macke-Waltz statt in SV-Leach oder so, irgendwie ein bisschen seltene Gegenstände zu bekommen. Ja, und ADV, der, das wollte ich immer schon haben. Es ist keine bessere Waffe. Genau. Boom, shakalaka, boom, shakalaka, woo! Come on, kiss her! Boom, shakalaka, woo! Boom, shakalaka, genau, genau. That's right, kiss her! That's right, kiss her! Oh, die Zombie kommen. Oh, komm. Wenn wir die Kleineren haben, die sind schneller zu killen. Zack, der erste ist down. Der zweite ist down. Ja, und deswegen liebe ich die, äh, der Dev. Guten Damage. Oh. Und so. Und erster. Hahaha. Ja, deswegen liebe ich auch die, äh, der Dev ganz gerne. Es ist, okay, es hat weniger Damage als, äh, Firefly oder Crank oder irgendwie sowas so der Art, aber dafür ist die Aufladung schnell und hat mit 30, 30 mehr Money. Und ja, schnelle Aufladungszeit, die ist so schnell, um zu überhitzen. Ja. Bombe. Ach, komm. Genau. Genau, Naomi. Genau, dass du brauchst. Ja, ja, super. Nächste Klitscher. Ja. Ja. Hahaha. Oh, immer diese Klitscher hier. Das ist so richtig nervig, aber na gut. Zack. Na gut, hat der jetzt bekommen, aber egal. Soll ja nicht meckern, ich bin noch ganz gut dabei. Oh. Oah. Hm. FPS, der ist das größten. Na egal. Ja, ja. Äh. Als Zombie-Motor ist das so geil, Macke, was das ist besser als, ähm, äh, äh, Chaser in S4 Leech. Auf jeden Fall ist das besser. Wegen des Spawn hier Musiksion, so. Und ja, es soll ja demnächst ja auch die, äh, Limitale Amor kommen. Ähm. Ja, was gibt's denn noch zu erzählen? Ja, PCF-Karte, ne? Das ist ja nicht so toll, ne? Wie Geldwäsche kann man die PCF-Karten nicht mehr kombinieren. Hm, schon klar, welche Geldwäsche bitte? Dumm, wir hören, ey. Äh, das hab ich jetzt nicht grad gesagt, oder? Ja, ja, egal. Na, ich wollte mir jetzt mal Steam für 3,50 Euro, weil ich hatte, äh, 3,01 Euro und bloß noch 1 Euro noch, äh, von der PSF-Karte noch Reste übrig gehabt. Und dann wollte ich, äh, das Team zu Terraria holen. Das war ja ein Anglopper. Ja. Hm. Und ich wusste nur, dass die Preise ein bisschen anders wären. Also, dass man die Karten ein bisschen hat. Ja. Wie nennt man das? Ähm, andere Handy-Karten, äh, ja, Guthaben-Karten bekommt. Komm, lass mich durch. Komm, lass mich durch. Ja, ja. Es ist meiner. Es war meiner! Nein. Es ist schon okay. Komm, ich fühl mit 8 Punkten, also. Ja, ja. Mhm. Ja. Stark, meiner. Es ist mir, äh, ja, es ist mir, auch, too. Zwei Zombies und ich hab noch 2300 Probleme. Boah. Ja, schön gelehrt, grad, ne? Mhm, 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 mhm. So, schnell rüber, da ist der. So, 20 Sekunden noch. Oh, der Scherri. Mh, mhm, mhm, jetzt fühl ich nur noch ein Siem-Planter. Aber es ist mir egal, weil... ...ich hab ja zwei Zombie-Kids... ...dennengen infiziert und drei Tode, also, es geht. Möchte auch nicht der Oberpro sein. Aber Zombie-Mods ist einer meiner Lieblings-Mods, überhaupt nicht mehr Freikon-Walls, also... ...und daher ist es ganz okay. Keine Muni, auch doch hier unten. No, 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 come on, Chicken! Come on, Chicken-Pak-Pak! Come on, Chicken-Pak-Pak! Da kommt der Zombie! Der kommt nicht durch! Ah! Nein! Der kommt gleich durch, oder? Oh, hier! Oh! Der kommt echt hoch! Hier hoch! Zombie-Kill! Den auch noch killen! Den auch noch killen! Multi-Kill! Boah! Ja, Alter! Geht! Ich schieg auf... ... ... Nein! Danke. danke ja wenn die alle hier auf kastehen sind ich bitte euch ja warum nicht also die Runde kann nicht besser laufen für mich ja ich bin ja weniger mit entgegenheit muss mit entgegen gespielt und jetzt haben mich da oben ja 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 komm yes die leckten wir nicht jetzt nicht mehr, das ist ganz gut gut, noch drei wo sind die drei? wo sind die drei? wo sind die drei? Schüsse da ist einer noch einer noch eine Runde 600 xp kriege ich 157 mp kann man nicht mehr kann aber es sei denn ich werde noch rausgevotet ich glaube eher weniger ich möchte ihn noch bisschen mp haben ich bin nicht zombie geworden das ist gut ja aber mal gucken mp wo seid ihr alle bitte mp 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 Ah, die G-Dev auf Damage-Grab-Brain. Oh Gott. Nein! Oh, ich sag's scheiße. Wisst ihr das? Hätte ich ihn bestimmt gleich gehabt. Na gut, aber 46... Ja, noch 46 Punkte, das ist ganz cool. Ja, noch 47 Punkte. Oh Gott. Ah, Gott. Nein! Oh, das war die Farmsstelle. Na egal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Runde. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also, mag ich... Mag gewollt. Ja. Okay, bis dahin. Okay, bis dahin.